Mois, ich habe nie und zu keinem Zeitpunkt ein Verhältnis mit deiner Ex-Frau gehabt. Du bist der Ball mit meiner Frau. Ex-Frau, egal wie, wer ich angefasst habe, sie ist meins. Anis ist von San Diego schwanger. Du Hund, hast meine Ex-Frau in einem ihrer schwächsten Momente manipuliert. Ich esse dich auf. Er schießt gegen seine eigene Familie. Er schießt gegen seine eigene Mutter. Hast im Rausch anscheinend deine Ex-Frau mit Mayweather verwechselt. Du stand in the mirror. Der kleine Beide, Pitarasch, hat mir beide noch nie euer Sch*** gezeigt. Weil du nicht Manns genug bist oder nicht dafür gewachsen bist. So, also, wie wir im Titel-Trailer erkennen können, hat sich jetzt San Diego zu Wort gemeldet in sein Instagram-Story. Lasst euch schmecken, let's go in the window. San Diego postet erstmal. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Dann geht's weiter. Er schreibt, Sag nicht aus, dass wir ein Verhältnis haben. Wir haben uns getroffen, um die Scheiße, in die du uns mit deinen Lügen gebracht hast, zu besprechen und nicht, um zu flirten. Das postet San Diego. Crazy. Wir machen weiter, das ist jetzt die nächste Story. Also, guck mal Leute, das ist jetzt wirklich so ein Teufelskreis. Da kommt jetzt immer mehr und immer mehr. Ja, da werden noch so viele. Ich bin mir sicher, dass Abu Jullo und die ganzen Brüder von Mois auch noch Statements machen. Da wird noch so viel passieren, weil das ist ein Thema, was übelst in der Öffentlichkeit jetzt ausgeschlachtet wird. Also, die nächste Story. Wir waren nicht mal alleine und es war immer noch ein Auto und kein Schlafzimmer. Ihr wart da auch längst getrennt, selbst wenn das gerade keine Rolle spielt. Du Hund, hast meine Ex-Frau in einem ihrer schwächsten Momente manipuliert und dazu missbraucht, Schande über uns alle zu bringen. Und du wusstest von unseren Krisen und ihrer Schwäche. Dir war aber dein eigener Arsch wichtiger, damit niemand sieht, warum deine Ex-Frau wirklich von dir weg ist. Du bist ein Narzisst, der seine Frau in der Beziehung vor den Augen der Kinder viele Male kaputtgeschlagen und einige Male sogar fast umgebracht hat. Du hast immer wieder diese Gerüchte hinter den Kulissen über uns alle verbreitet. Boah, das ist crazy, Digga. Jetzt kommt noch ein San Diego, der auch noch irgendwelche Informationen auspackt. Und jetzt sind natürlich, wir sind hier wie vor Gericht, Aussage gegen Aussage. Aber wir, wie gesagt, vom Bauchgefühl her, bleiben immer noch gleich. Und wir greifen keine Partei. Aber trotz dessen muss ich ehrlich sagen, ich bleibe real. Und meine Meinung wird sich nicht ändern, wie bei den letzten Videos auch. So, dann postet er. Parallel hast du Schizophrener gesagt, du willst unseren Ruf schützen. Und hört auf, meine Ex-Frau da reinzuziehen. Ihr ekelhaften Stade. Sie hätte mit diesem Besessenen nicht zusammenarbeiten dürfen. Ja, aber ihr müsst verstehen, dass nicht nur sie auf ihn reingefallen ist. Der ganze Keller ist auf ihn reingefallen. Ganz Deutschland ist auf ihn reingefallen. Samt mir, der Teufel spricht aus dem selbsternannten Gott. Keine Blasphemie. Meinerseits, du liegst Adressen, ohne zu wissen, ob deine Kinder sich dort aufhalten. Du Ehrenlose, du Ehrenlose, vergifteter Schwanz. Kehr deine Religion, den Rücken, so oft du willst. Dennoch wird Gott dich richten. Boah, Digga, was ein Fitner. Okay, das ist heftig. Er muss, normalerweise, ja, egal. Wir machen weiter mit den Storys. Und was kann ich dafür, dass ich Jude bin? Ich bin so geboren. Gott hat uns alle so erschaffen, wie wir sind. Diese Welt und die Menschen sind seine Schöpfung. Wie kann man das beleidigen, was der Allmächtige erschaffen hat? Wir sind alle Brüder und Schwestern, egal welche Abstammung. Ich möchte gar nicht wissen, was für Nachrichten San Diego bekommen hat oder bekommt. Was für Drohungen, bis zu Morddrohungen, er bekommt. Und das all dem wegen Mois seine Storyviews, die er gerade hat, seine Reichweite, wie er das Ganze abschlachtet, ausschlachtet gegen ihn. Es ist schon hart und deswegen hat er sich lang genug zurückgehalten und deswegen schießt er jetzt auch gerade. So, dann geht's weiter. Sag nicht, dass du irgendwen liebst. Weder Kinder, noch Frauen, noch Brüder oder Freunde. Du liebst wahrscheinlich nicht einmal dich selbst. Sonst hättest du dich nicht mit allen Drogen, die existieren, vollgepumpt und dein eigenes Leben zerstört. Boah, das war hart. Also das war wirklich hart. Findest du das auch sehr hart? Krankheit. Der war sehr hart. So, hier geht's dann weiter. Und wem hast du jemals geholfen? Ich war bei ein, zwei Videos dabei, in welchen du Obdachlosenessen kaufst und habe mich geschämt. Ich musste mir wegen dir von einer Obdachlosenfrau anhören, dass sie lieber verhungert, als von euch dabei gefilmt zu werden. Wie sich ein Kebab vom Tisch am Kölner Dom holt. Für die 300 Euro, die an dem Tag ausgegeben wurden, brauchst du kein scheinheiliges Video, welches das 5- bis 10-fache einspielt. Hast du Obdachlose mit Videos gedemütigt und bist selber zum Bettler geworden. Was eine Ironie. Boah, dazu muss ich nicht viel sagen. Das ist ja offensichtlich in der Öffentlichkeit, dass Mois jeden Tag Paypal, also seinen Paypal-Link reinpostet, um Spenden für sich zu sammeln. Um Geld für sich zu sammeln. Ein riesengroßer YouTuber ist, schaut mal wo er gelandet ist. Es ist schon hart, Digga. Also das ist wirklich übel. So, die Storys gehen weiter. Du hast jede Nation beleidigt, die es gibt. Du hast jede Religion beleidigt, die es gibt. Du hast jeden stabilen Mann beleidigt, der dir jemals Schutz gegeben hat. Es gibt so gut wie keinen einzigen Menschen in deiner Vergangenheit, den du Bruder oder Freund genannt hast. Und nicht gleichzeitig verraten, verkauft und ausgenutzt hast. Wenn du dein Leben wegschmeißen willst, dann mach deine Sache. Aber lass uns alle in Frieden. Ein Tipp nebenbei. Zwangseinweisung. Boah, ho, ho. So, es geht weiter. Wir haben heute Lesestunde. Deswegen hört gerne meine Stimme. Auch wenn ihr gerade keinen Bock drauf habt. Ich bin generell ein hilfsbereiter Mensch. Jeder, der mich kennt, kann das bestätigen. Und ich habe ihm immer wieder geholfen. Egal, ob wir eine enge Freundschaft hatten oder nur eine flüchtige Bekanntschaft. Oder irgendwas dazwischen. Ich distanziere mich auch klar und deutlich davon. Verheiratete Frauen oder Frauen von Brüdern anzumachen. Und ich habe Schieno auch nicht gesagt, dass er deine Spendengelder für Untreuung aufdecken soll. Ich sagte ihm sogar mehrmals, er soll es sein lassen. Aber er wollte nun mal das, was du mit ihm gemacht hast, nicht auf sich sitzen lassen. Dein Ex-Partner Pascal, der wegen dir sein Haus verloren hat, kennt alle Beteiligten und war selbst dabei. Wie kann man so ekelhaft, gottlos und heuchlerisch sein, Leute gegen die Aufsichtspersonen der eigenen Kinder zu hetzen mit Postings? Gegen einen Elternteil, bei dem sich die eigenen Kinder jeden Tag aufhalten. Gegen einen Menschen, der die gemeinsamen Kinder ernährt und liebt wie kein anderer. Wie geht das? Das sind auch genau dieselben Aussagen wie von mir. Und genauso auch dieselben Aussagen von tausende, hunderttausende anderen Menschen, die klar im Kopf sind. Wie kann man die Mutter seines Kindes nackt von hinten fotografieren? Privat hast du es auf deinem Handy. Ist egal. Wie kannst du bei so einer Reichweite das in deine Story posten? Allein das rauszunehmen, zeigt schon, dass er Scheiße gebaut hat. Damit zeigt er selbst, oh, das war ein Fehler. Er ist nicht klar im Kopf, Leute. Er tut ein Foto posten von seiner Ex-Frau, wie er sie von hinten fotografiert oder gefilmt hat. Das ist ein, ich sag mal, ein Kopfschuss, was er sich hier mitgegeben hat. So. Und ihr glaubt jemandem, der sich jeden Tag selbst widerspricht. Jemandem, der dafür bekannt ist zu lügen. Jemandem, der nicht bei klarem Verstand ist. Ein Mensch, der von Drogen und Emotionen geleitet ist, welcher sich selbst für einen Propheten hält. Ihr habt, ihr habt den gesamten Chat zwischen ihm und ihr gesehen. Er hat sich damit selbst exposed und deshalb hat er ihn schnell wieder gelöscht. Was ich eben gerade auch beim letzten Video, was wahrscheinlich nach diesem Video kommen wird, habe ich ein Video aufgenommen und so ein bisschen Statement zu der Sache abgegeben, als ich darauf reagiert habe, was da alles so war. Und es sind genau dieselben Sachen, die ich auch gesagt habe. Er exposed sich eigentlich selbst in dem, was er da alles geschrieben hat. So, dann geht's weiter mit den Storys. Zum Thema Brüder. Wir waren nie beste Freunde, maximal Arbeitskollegen. Dein bester Freund war Attila. Also Attila ist Maestro, für die Leute, die es noch nicht wissen. Wir haben uns im Leben vielleicht 20, 30 Mal gesehen. In diesem Geschäft wird das Wort Bruder so viel, so oft missbraucht. Whatever. Vergiss nicht, ich war der Erste, der dich gepostet hat, als du nicht mal 20k Abonnenten hattest und Rap News mit gebrochenem Deutsch gemacht hast. Kolle und ich waren die Ersten, die mit dir Content gedreht haben, als du noch ein Fanboy warst. Wir haben uns darum gekümmert, dass du in Deutschland Fuß fassen kannst. Boah, Digge. Meine Leute haben ihre privaten Häuser und Wohnungen für dich und deine Familie zur Verfügung gestellt, in denen auch gelebt wurde. Egal ob ein Monat oder ein Jahr. Du hast aber damals schon schnell dein Gesicht und deinen Charakter gezeigt. Das Erste, was du gemacht hast, wenn man sich gesehen hat, war dein Handy rauszuholen und Chats mit anderen Rappern zu zeigen. Über jeden gelästert und jeden beleidigt. Bei Kollegah über San Diego gelästert und bei San Diego über Kollegah gelästert. Ich wollte es dennoch nicht wahrhaben und habe das Gute in dir geglaubt. Meine Freunde sagten immer, wenn der über andere Scheiße redet, wird er auch über uns Scheiße reden. Hätte ich damals auf meine Freunde gehört, dann wäre ich heute nicht so weit gekommen. Waijo. So, es geht weiter. Ich war der Einzige, der dir ein Feature zugesagt hat für dein Abonnentenspezial, weil du mir leid getan hast. Musikalisch muss man ja nicht viel dazu sagen. Da muss ich leider lachen. Ich muss an diese Momente denken in diesem Club, wo der gerappt hat. Mit der Zeit hast du mich mit dem Boss, Boss, Aura, zwei Themen sehr penetrant genervt. Weil du dich gerne als Friedensrichter für die Reunion darstellen wolltest. Das hat mich so abgefuckt, dass ich nicht mal mehr Bock hatte. Boss Aura, zwei überhaupt zu machen. Okay, das ist ein Songname, was die gemacht haben. Also irgendeinen Namen von einem Song. Als ich dann bei Instagram ein Foto mit Kollegen zur offiziellen Reunion gepostet habe, hast du dich als Eifersucht von mir abgewendet. Und auch noch öffentlich beleidigt, dass wir unterdrückt werden von Rücken etc. Nach all diesen Dingen, die ich für dich getan habe, nennt man das ein Bruder. Das wird ja immer besser. Ich kacke gerade ab, weil ich so viel lesen muss. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, in der Schule mal so viel gelesen. Einige Zeit später habe ich dir dann entfolgt und selber gegen dich Storys gepostet. Katzen, Gejaule, whatever. Daraufhin hast du Rückenleute auf uns gehetzt und vor unsere Haustüren geschickt. Wir konnten die Sache zwar klären, aber nicht vergessen. Auf dem Song Death Row habe ich dich gedisst und den Shit auch erwähnt. Warum schickst du uns Gangmember? Wenn Sunny dir entfolgt, dann ist die Stimmung im Keller. Jahre vergingen. Im Februar 23 hast du dich uns durch einen gemeinsamen Freund wieder angenähert. Ich, Idiot, habe dir verziehen, dich wieder in meine Nähe gelassen. Ich habe schnell gemerkt, du hast plötzlich, du hast dich verändert. Du hast plötzlich von irgendeinem komischen Voodoo-Meditationsscheiß geredet und dass wir eins mit dem Universum sind, weil Eva aus der Rippe von Adam stammt. Du bist ich, ich bin du, bla bla bla. Nein, danke, ich will nicht wie du sein. Anscheinend haben die Pilze und die Tauberzeiten bleibende Schäden hinterlassen. Plötzlich warst du mehr am Kiffen als ich. Durchgehend den ganzen Tag Alkohol, Lahlulis, Kopfwackler und komische Freestyles. Das ist alles nicht neu. Du bist schon seit Jahren so wie du jetzt bist. Kurze Zeit später hast du mich angebettelt, dich bei BBM zu signen und im Gegenzug, dafür würdest du meinen Brüdern helfen. Kolle war damit nicht einverstanden und Salah wollte mir nicht in mein Business reinreden. Ich habe es in Kauf genommen, mich für dich gegen Kolles Einwand zu stellen. Ich wollte einfach nur, dass meine Brüder mitverdienen, Security Jobs bei Autogrammstunden und anderen Events etc. Ich selber habe mir kein Cent davon versprochen und auch zu jedem gesagt, dass ich verzichte. Du selber hast Salah so vieles versprochen und ihm sogar ausgeredet, andere Angebote anzunehmen, welches bereits auf dem Tisch lagen. Wir planten dann einen gemeinsamen Song, Brat zu Brata. Du hast mir etliche Gruselgeschichten über Maestro und andere alte Weggefährten erzählt und dass du auf diesem Song dafür deinen Hack holen willst. Selbstverständlich weiß ich heute, dass du alles zu deinen Gunsten verdreht hast. Ich schrieb dann deinen Part, rekordete 50 Millionen Takes und schob jede einzelne Silbe in den Takt. Ich musste sie sogar timescratchen. Wow, ich habe mich wegen dir mit meinen Leuten gestritten, weil du sie bei mir schlecht geredet hast und mich bei ihnen. Du hast sogar versucht, mich bei Leuten, die ich nicht mal kenne, Schutz anzubieten. Du wolltest mich um jeden Preis von meinen Leuten abkapseln, weil du diese Volksgruppe nicht leiden konntest. Salah hat dich früher durchschaut als ich und mich vor dir gewarnt. Aber ich hatte immer noch Hoffnung. Ich habe schließlich den veräfften Song mit dir veröffentlicht und stand hinter dir, obwohl weder meine Brüder noch meine Fans damit einverstanden waren. Ich wollte dich fallen lassen. Ich wollte dich nicht fallen lassen. Koller hat sich von mir verraten gefühlt, weil du seinen Rap-Kollegen gedisst hast auf einem Song mit mir. Somit hast du Boss Aura 2 wieder einmal verhindert. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen BBM-Fans, bei Kollegah, Salah und seinen Brüdern, bei Maestro plus allen alten Kumpels von Mois und bei ganz Deutschland dafür entschuldigen, dass ich Mois überhaupt ans Mikro gelassen habe. Es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Alter Leute, was sagt ihr dazu? Das ist schon heftig. Es geht weiter. Kurz darauf kam Maestro's Statement, in welchem er sagte, dass du mich mehrmals HS genannt hast. Du hast dich geschämt, mich zu kontaktieren und hast stattdessen Videos gedreht, mit denen du dich selbst geäfft hast. Ich wollte es nicht glauben und habe dich mit Fieber zu mir geholt, um dich aus der Sache rauszuholen. Ganz Deutschland war gegen dich. Nur ich als einziger Mensch stand hinter dir. Ich habe meine eigene Community vergrault und mir mein Brot gespielt, nur um dir zu helfen. Und jetzt versuchst du ausgerechnet, du ganz Deutschland gegen mich aufzubringen, indem du lügst und behauptest, ich hätte deine Ex-Frau ausgespannt. Nennt man sowas einen Bruder? Es ist schon heftig, ne? Also, irgendwie ist jeder mit ihm befeindet. Jeder, der mit ihm Kontakt hatte, sagt irgendwie fast dasselbe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit ganz vielen Leuten los ist. Ob die blind sind, warum sie nicht ihre Augen aufmachen. Ich konnte mir irgendwann dein Gelaber über Frequenzen in Kombination mit Lahluli Freestyles nicht mehr geben und habe dich seltener zu mir kommen lassen. Du hast versucht, einen Keil zwischen mir und meinen Brüdern zu treiben. Mit denen ich alles geteilt und erlebt habe, die letzten 10 Jahre. Aber zum Glück hat das am Ende nicht funktioniert. Als nächstes hat der Hackmeister mit Chieno Spaghetti Break App rausgebracht und ich habe jeden gefragt, dich zu unterstützen. Chieno tat mir leid, weil ich nicht sehen konnte, wie du ihn behandelt hast. Ausgenommen und fast ans Existenzminimum gebracht hast. Selbst meine Geburtstagsgeschenke, die ich von dir bekommen habe, hast du ihnen bezahlen lassen. Kommen wir nochmal zum Thema Frau. Du hast mich so oft vollgelabert, um mich gebeten, ihr zu helfen, weil es ihr schlecht geht. Du hast sie immer dazu geholt, als wir telefoniert haben, damit ich eure Probleme mit euch bespreche. Du hast mich so lange dazu gedrängt, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Ich habe ihr auf deinen Wunsch, auf deinen Wunsch hin bei Instagram gefolgt. Aha. Da kommen ja noch jetzt ein paar Sachen raus, die nicht so bekannt waren. Als ich irgendwann auf deinen Wunsch hin mit ihr geschrieben habe, damit sie sich ausheulen kann, hast du uns einen Strick daraus gedreht. Du hast sie kaputt geschlagen, weil sie sich getrennt hat und nicht, weil sie mit mir geschrieben hat. Hast im Rausch anscheinend deine Ex-Frau mit Mayweather verwechselt. Das war vielleicht der, vielleicht, ey, wie kommt man auf sowas? 80.000 Euro, um ein Jet zu bezahlen, Mayweather-Kampf und hier und da, das war doch alles Bluff, Leute. Wir waren einfach nur verarscht, Digga. Jetzt liegst du Gesicht, jetzt liegst du Gesichtspotos, weil du verzweifelt und verkümmert bist. Ligst du? Nein, liegst. Jetzt liegst du? Du drohst damit, irgendwelche heimliche, gefilmten Sex-Tapes, die wahrscheinlich nicht mal existieren, zu veröffentlichen. Damit würdest du aber nur zeigen, dass dein Stolz nur kleiner als dein winziger Quanz ist. Du bist am Ende, aber warum ziehst du mich damit rein? Warum verbreitest du diese Scheiße überall und verleitest, andere da mitzumachen? Was zum Teufel habe ich dir getan? Ich verfluche den Tag, an dem ich dich kennengelernt habe. Das ist nämlich die Masche von Zeus, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Beef zu starten mit irgendwelchen bekannten Leuten, wenn er auf Rausch ist. Nur so bekommt er richtig Aufmerksamkeit. Er hat die letzten Male YouTube-Videos gepostet, was niemand von uns mitbekommen hat. Als irgendein Beef war, bin ich so irgendwie auf seinen YouTube-Kanal zugestoßen und habe die Klicks gesehen, im Gegensatz zu vorher. Niemand hat es mehr geschaut. Keiner. Und was ist jetzt? Jetzt liegt er bei 300.000 Story-Vos auf Instagram. Ist er stolz drauf? Lohnt sich das? Ist es das wert, ein halbnacktes Foto von hinten von dem Kind seiner Mutter zu veröffentlichen? Jetzt seid mir ehrlich. Sagt mir, dass ich falsch bin. Dass ich nicht recht habe. Ich weiß es nicht. Das ist meine Meinung, Digga. Ich weiß nicht, wie ihr denkt. Du stand in the mirror. Mein, die hart, fan in the mirror. Das einzige Spiegelbild, was du siehst, ist ein Hund, der aus einer Pfütze trinkt, in die ich gepisst habe. BBM ist und bleibt die Gang, was hier so abgeht. Aber Nebel hat noch ein Statement gemacht, was wir uns auch reinziehen können. Gucken wir uns mal Nebel an, was er zu erzählen hat, nachdem Anis ihr Statement abgegeben hat. Nebel packt aus über Mois. Mois hat ein Management gehabt. Dejan. Viele von euch vielleicht kennen ihn, vielleicht auch nicht. Der betreut auch viele andere große Künstler. Unter anderem auch mich. Jetzt hört weiter zu. Der Sinan hat oftmals Kooperationen gehabt, ist da mit ins Haus gekommen und hat die allem angeboten. Ich glaube, dass keiner von uns, bis auf Dejan, weil der das professionell auf deutscher Basis ist, immer Rechnung. Tag, Tag, hier. Das war der Einzige, der dadurch profitiert hat. Die einzige Kooperation, wo ich selber durch profitiert habe, ist 4Bro. Auf jeden Fall war ich mit dem Chef, habe ich mich hingesetzt und hat mir gesagt, was könnt ihr uns bieten. Das gesamte Kellerteam, Summe X für Maestro, Summe X für Abu Jullo und Summe X für Mois. Okay? Haben wir eine Gesamtsumme und die ist dann auf dem Kellerkonto geflossen. Okay? Dann war das ein bisschen zu doof, glaube ich, für Maestro und Abu. Die haben nicht so kontinuierlich Werbung gemacht. Und dann, wo der dritte Monat zu Ende war, der Chef von 4Bro zufrieden war, haben wir uns hingesetzt. Und ich habe ihm gesagt, ey, ich kann das nicht kontrollieren, dass alle Werbung machen. Und ich habe auch mit allem geredet. Und dann, also von allem Seite aus kam, ey, Brat, Baleat, wir sind sowieso ein Team. So, so. So nach dem Motto, ey, scheiß auf die anderen. Ihr müsst euch vorstellen, sein eigener Bruder, der dadurch Geld verdienen kann. Er sagt, scheiß auf den. So, scheiß auf Maestro, scheiß auf alles. Das ganze Geld soll an mich kommen. Ich so, ey, guck mal, ich bin jetzt, weiß ich, ein Jahr, zwei Jahre hier, ich habe noch nie Geld gesehen. Und ich habe momentan sowieso, ich bin nirgendwo angemeldet. Und das wäre nicht verkehrt, so einen Arbeitsvertrag zu haben. Kannst du mich bei dir anmelden? Er sagt, das geht nicht und meine Firma ist neu und dies und das. Ich so, weißt du was, ich habe eine bessere, plausiblere, einfache Methode für dich. Wir bitten 4Bro darum, mich einzustellen. Die sollen die Summe, die ich dann kriege, von dir abziehen. Und du erhältst immer noch genug Geld. Und ich bin dann bei 4Bro eingestellt, damit ich einen Arbeitsvertrag habe und den vorweisen kann. Und das, 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 das. Damit ich halt nicht arbeitslos bin. Okay. Dann haben wir das so gemacht. Es lief auch einigermaßen, die Anfangszeit lief sehr, sehr gut. Und dann irgendwann hat Mois nachgelassen. Bader, nervt mich nicht, grinsch, was soll ich da machen? ISD und Zucker und ich mache Sport, ich mache dies. Ich so, Bruder, das war alles schon gut. Dann lass uns die Kooperation beenden. Nein, das Geld ist gut. So, okay. Mir war das selber unangenehm. Versteht ihr so? Weil ich kriege ja auch irgendwo meinen Lohn dadurch. Und für mich war das so eine unangenehme Situation. Und bis heute, Gott sei Dank, der Chef von 4Bro ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und ich habe ehrlich einen sehr, sehr korrekten, liebevollen Menschen kennengelernt, über die ich sehr dankbar bin. Und es ist auf jeden Fall eine Scheißsituation für mich gewesen. Da war ich mit dem Chef von 4Bro am Reden. Ich habe gesagt, ey, wir müssen irgendwas anderes machen, weil das mit Mois wird nicht mehr lange gehen. Okay. Kapitel beendet. Ich habe mein eigenes Ding mit 4Bro gemacht. Irgendwann Mois hat sein eigenes Ding gemacht. Und ja, auf welche Punkte wollte ich eingehen? Auf die drei Hunde, genau. Irgendwann in der Kellerzeit hat sich Mois dazu entschlossen, drei Hunde zu sich zu holen. Und ich sage euch ehrlich, also ich habe keine Tiere zu Hause, aber ich bin ein Tierlieferer, würde ich mal von mir behaupten. Also ich bin ein lebensfroher Mensch und wenn ich Lebewesen sehe, es erfreut mich, die gesund und munter sind, sage ich mal. Und der hat dann einen eigenen Account für die drei Hunde gemacht und hat das Ganze publik gemacht. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen diese Hunde gelebt haben. Ihr müsst euch vorstellen, das waren drei Tiere gewesen. Die haben so ein Appartement gehabt, wo unten der Bereich, da ging so eine Treppe nach oben. Und unten war so ein, lass mich nicht lügen, ich kann das nicht einschätzen, aber drei Quadratmeter oder so, einfach so im Zäunen. Und die Hunde waren jeden Tag da drin gewesen. Und wir waren den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ich muss euch vorstellen, die Jungs sind um drei, vier Uhr nachts nach Hause gekommen, haben die Jungs, die Hunde kurz Gasse genommen und wieder da rein. Die haben in ihrer eigenen Piste gelebt, die haben in ihrer eigenen Scheiße, haben die da, also wenn ich da gewesen bin, ich habe Fremdschirm gehabt. Und ich habe das auch oft angesprochen, bis ich mich irgendwann... Also Tierquälerei haben wir auch, häusliche Gewalt, Tierquälerei, was kommt noch alles? Als ich entschlossen habe, ey, das kann nicht mehr so weitergehen. Wenn die Hunde hier drinne bleiben, die werden sterben irgendwann. Und ich habe allem den Vorschlag gemacht, ich so, ey, lass uns eine Lösung für die Hunde finden, weil das wird auf Dauer. Ich sehe, das geht hier sowieso auf den Sack. Nein, dann werden die Leute fragen, was damit ist und dass ich nicht gebacken kriege mit Hunden und dies und das. Ich so, aber das ist kein Lebenszustand. Habe ich es irgendwann, Gott sei Dank, geschafft, ihn dazu zu überreden, die Hunde abzugeben. Drei Hunde habe ich dann, die waren dann in meiner Hand und musste die irgendwie verteilen. Der Hugo ist bei einem sehr, sehr guten Bruder von mir daran. Ich kann euch gerne die Tage das Zeug von mir machen. Der hat auch, ich glaube, drei, vier Operationen gemacht, seitdem der bei meinen Kollegen gab. Seitdem, ich weiß nicht, ob der Hund geschlagen wurde oder ich weiß nicht, was mit dem Hunden passiert ist, aber der Zustand von den Hunden war alles andere als schön. Und Gott sei Dank ist heute ein lebensfroher Hund. Mich würde gerne interessieren, was mit den anderen zwei ist. Ich habe die auch so Bekannten von mir gegeben und seitdem habe ich leider nichts mehr davon gehört, was mit dem passiert ist. Ich kann euch nur vergewissern, dass es Hugo gut geht. Er hat leider schweren Herzens drei Operationen an seiner Pfote gehabt. Er hat sich ja irgendwas gebrochen gehabt zur Anfangszeit. Aber es wird sich Gott sei Dank gut um ihn gekümmert. Er hat ein schönes, sauberes Zuhause. Und falls jemand gerade diesen Livestream sieht, der die anderen zwei hat oder vielleicht einen, ich würde mich gerne über eine Nachricht freuen. Die könnten mir gerne auf Instagram schreiben. Und vielleicht bringen wir mal irgendwann die Hunde zusammen, dass sie sich sehen, weil das sind ja irgendwo Geschwister. Und die haben sich nicht aussuchen können, in so einem Haus aufzuwachsen. Das ist auch so ein Punkt, was mich sehr traurig gemacht hat. Und da habe ich irgendwann mit der Zeit gemerkt, so wieder... Guck mal, ich sage euch jetzt mal eine Sache. Für mich sind eh Hunde viel besser als wir Menschen. Wie ein Mensch ein Tier behandelt, so zeigt er auch sein wahres Charakter. Seinen wahren Charakter zeigt er in dem, wie er ein Tier behandelt. Und man sieht, er hat diese Tiere sogar für die Kamera geholt. Einfach um irgendwelche Videostories zu machen. Und die sagen, die haben in ihrer eigenen Pisse, in ihrer eigenen Kacke gelebt. Digga, das ist Tierquälerei. Und das sagt schon auch ganz viel über einen Menschen aus. ...umgang zu seinem Umfeld ist. Also ich kann euch sagen, mir gegenüber ist er nie handgreiflich geworden oder respektlos. Also es war immer ein respektvoller Umgang so, aber halt so sein Umfeld. Wer damit umgegangen ist, so voll leichtsinnig. Und irgendwann die Drogen sind ihm, glaube ich, zurückgekommen. Ja, er sagt ja, bei mir war nie Respektlosigkeit oder handgreiflich. Er wusste genau, bei wem er das macht. Immer bei Schwächeren. ...gestiegen. Oder bei einer Frau. Auch so, ich weiß nicht, so jetzt, er sagt die Al-Hlulis, versteht ihr, damit ihr auch seht. Ich habe auch oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden von mir unterwegs war und der will ja nicht ein normales Ort rauchen, so für vier, fünf Euro, sondern der will Kelly, California, solche Sachen rauchen und die sind dementsprechend teurer. Da kostet das Kamm mal 20 Euro oder so und wenn er eine Bestellung gemacht hat, dann war die Bestellung mal 1,5, so 1.500 Euro gewesen. Jetzt könnt ihr euch mal ausmalen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ey, der will so auf dem Weg von dir in Essen, kannst du mal abholen und mir vorbeibringen, okay, bringe ich dir. Und das Geld, ja, Ballert, machen wir später, okay. Und das ist drei, viermal vorgekommen, drei, viermal, das sind so einfach mal 4, 5.000 Euro Ballert, die weg sind, versteht ihr? Das ist auch so, aber das ist, ich denke mir, das ist ein Freund von mir. Auch ein Punkt bis heute so, der im Keller damals gewesen ist, das war auch die iPhone-Geschichte, da waren, ich weiß nicht, der hat irgendwie 20 iPhones bestellt gehabt. Derjenige war an dem Tag da gewesen, Arlem hat nicht so viel Geld bei sich gehabt, Petro war da. Ich denke nicht, dass Petro sich dazu äußern wird, die, die sich fragen, welcher Petro, Petro Lombardi war auf jeden Fall an dem Tag da gewesen. Der auch, komischerweise immer viel Geld bei sich hat, hat ihm dann mit 7.000 Euro ausgeholfen. Bis heute hat er das Geld nicht gesehen, versteht ihr? Also der hat so viele um sich quasi abgezogen oder Freunde von mir, ich habe ein, zwei Freunde von mir, die Fußballer sind, die haben damals einen Livestream mitgemacht, wo er Pokémon-Karten aufgemacht hat. Keiner von denen hat eine Karte jemals gesehen, geschweige denn irgendwie, dass sie irgendwie Geld zurückbekommen haben. Der Arlem hat die Karten aufgemacht, oh krass, hier Ballert, hast du eine 3.000-Euro-Karte, die schicke ich dir zu und bis heute. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht, welche von euch darunter sind, die mitgemacht haben damals. Die haben sich einfach 1.000 Euro Pokémon-Karten geholt, so. Der hat so einen Bot gehabt, jeder 1.000 Euro, hat sich summiert, die Karten hat er gezeigt und nie hat die jemand erhalten. Petro hat da, glaube ich, auch mitgemacht, hat auch eine krasse Karte gezogen für 15.000 oder so. Und Petro war so korrekt und hat gesagt, ey, weißt du was, alles schön und gut, verlust die an die Community. Keiner von der Community hat die Karte jemals gesehen. Bis heute frage ich mich, wo die Karten sind, was ist mit den Karten passiert, so. Aber okay, das war nicht mein Bier. Und ja, also der hat sich echt viel eingesteckt, was Gelder angeht. Ich frage mich bis heute, weil, ihr müsst euch vorstellen, weil viele mich auch als Dieb darstellen. Ich küsse dein Herz, ich saß mit den Typen, ich kann euch Videos zeigen, wir saßen zusammen, wo eine Uhr für 2.000-300.000 Euro gekauft hat, wo 300.000 Euro da lagen. Und nur Uhr im Wert von 300.000 Euro, als ob ich nicht dazu fähig bin, die beiden das Ganze mitzunehmen. Versteht ihr, wenn es mir nach Geld gehen würde? Wie oft war ich? Wie oft hat er mir Geld in die Hand gegeben? Oder wie oft hat er Geld nach Belgien geschickt? Ich habe meine eigenen Leute in die Fall gebracht. Okay, ich habe Leute von mir, ich habe meinen Cousin damals angerufen. Ich habe Leute von mir, ich habe meinen Cousin damals angerufen. Ich habe gesagt, ey, weißt du was? Ganz kurze Kommentare, super. Okay. Ja, 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 perfekt. Okay, findet ihr die Sachen interessant überhaupt so? Interessiert euch die ganze Story? Sehr. Oder ist das uninteressant? Sehr interessant. Auf jeden Fall, wo bin ich stehen geblieben? Ja, zum Beispiel, ey, Nabil, das war auch so, da wo seine Belgienzeit anfing. Ich weiß nicht, ob er sich da eine Immobilie, ob der das angezahlt hat oder nicht. Aber wo er mich angerufen hat, ey, Auto steht vor der Tür, kannst du mal 100.000 Euro rüberbringen? Okay? Ich rufe meinen Cousin dann, ey, so mir zuliebe, so kein Problem. 100.000 Euro, wenn ich ihn hochnehmen wollen würde oder wenn ich da was kommen wollen würde, hättest du den Zeitpunkt meinen Cousin, ey, du hast eine S7 und da warst, nimm die 700 Mille mit. Assalamu alaikum. Versteht ihr? Also die Intention war Gott sei Dank niemals Geld gewesen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer ein sauberes Herz habe und immer loyal gegenüber meinen Freunden bin bis heute. Ihr könnt sehen, Alhamdulillah, nach 15, 20 Jahren immer dieselben Freunde an meiner Seite. Die einen zeige ich mal mehr, die anderen mal weniger, aber das ist, weil die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden wollen und das nicht die Intention von meinen Jungs sind. Auf jeden Fall, ja, gut, auf jeden Fall, zu der Kellerzeit ist auch gutes Geld reingeflossen. Ich weiß nicht, 150er im Monat war bestimmt drin mit YouTube, mit Kooperation und dies und das. Und das hat Alham bestimmt zwei Jahre lang gemacht. Deswegen frage ich mich bis heute, wo das ganze Geld hin. Er behauptet, dass seine Familie ihn abgezogen hat, Uhren im Wert von drei Millionen. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich weiß ganz genau, bis heute Marc Gebauer, auch wenn wir nicht regelmäßig Kontakt haben, ein sehr guter Freund von mir. Nadim, danke für dein Handherz. Könnt auch gerne das Plus bei den jungen Herren, für gute Unterhaltung machen. Frauen, Stimme, Alka, Nadim. Auf jeden Fall, er hat damals eine Uhr geholt, Richard Mill, ich weiß nicht, 200.000, 300.000. Er hat sie aber direkt, zeitnah wieder abgegeben. Also viele Uhren, die er damals gehabt hat, hat er wieder abgegeben. Deswegen kann ich mir das nicht erklären, warum er sich irgendeinen Film ausmalt mit Uhrenwert von zwei, drei Millionen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ich glaube, dass bei dieser Sache vieles nicht der Wahrheit entspricht. Ganz, ganz viele Sachen wurden ausgemalt, irgendwelche Gerüchte auf die Welt gesetzt, damit es halt irgendwie... Ich habe mir so ein, zwei Stichpunkte aufgespielt, auf gewisse Themen, auf die ich gerne eingehen wollte. Weil vor diesen Menschen muss man echt achtgeben. Drei Kelbs habe ich eigentlich gesprochen, okay? Dass du bei Pietro Lombardi 7.000 Euro Schulden hast, gib ihm sein Geld zurück, Mann. Habe ich auch angesprochen. Gut. Jetzt komme ich zu der jetzigen Situation einfach, okay? Ich habe euch jetzt ein bisschen... Seht ihr das? Zum Beispiel Nebel hat genau wie Anis sich auch ein Skript gemacht, damit sie es nicht vergessen. Das ist immer so. Wenn man die Kamera ausmacht, dann denkt man so... Ah, warum habe ich das nicht erwähnt? Alter, das hätte ich doch auch erzählen können. Und das fällt erst einem auf, wenn die Kamera dann aus ist. Deswegen ist es immer besser, wenn man sich alles aufschreibt. Geht mir genauso. Aber bei mir ist es so, ich habe gar nichts. Ich rede einfach so... Frei. Du bist ein paar Einblicke gewährt über diesen Menschen. Äh, ja. Ich... Damit ihr auch ein bisschen so mein Verhältnis zwischen mir und ihm ein bisschen versteht. Ich kann mich nur wiederholen, dass meine Freunde sind wie meine Familie. Und wenn ich bei einem Freund von mir zu Besuch bin... Also wenn ihr mich jetzt fragt, wenn ihr mir ein Bild von Anis zeigt und sagt, ist das Anis? Ich könnte es nicht sagen. Versteht ihr? Weil wenn ich bei einem Freund von mir zu Hause zu Besuch bin, ich habe diesen Anstand, ich betrachte seine Frau nicht als eine Frau, sondern ich betrachte seine Frau als eine Schwester. Okay? Und das ist so... Das sind meine Manieren so. Ich weiß nicht, was andere von euch für Vorstellungen haben oder Sonstiges. Aber für mich war Mois ein Bruder gewesen. Und für mich war Anis wie eine Schwester. Und auch zu der Zeit, wo Asche gegen Anis geschossen hat, wo es sich heute herausgestellt hat, dass es nicht gegen seine Frau gewesen ist oder gegen sein Kind, bin ich auch massiv auf Asche losgegangen. Obwohl ich mit diesen Menschen noch nie Kontakt gehabt habe. Aber wer meine Freunde angreift, der greift mich auch automatisch an. Aber heute kann ich sagen, ich habe vor ein paar Monaten Asche getroffen. Ein sehr, sehr lieber Kerl. Wir haben uns ausgesprochen und ich habe gesagt, wenn es das ist, was ich denke, dann stehe ich immer noch hinter der Meinung, auch wenn ich zu Mois kein Kontakt habe. Weil die Frau von einem Bruder von mir ist wie meine Schwester. Ich kann euch nur ein kleines... Ne, scheiße, das ist schon mal das Thema. Auf jeden Fall, ja. Oder ich weiß nicht, ich habe gestern einen Aufschnitt gesehen, dass Anis auch erwähnt hat, der zum Beispiel, er hat mich angerufen, ey Nebil, mein Sohn hat Geburtstag, so so. Das war sonntags gewesen. Und ich bin nach Dortmund gefahren, ich habe eine Torte geholt. Ich bin nach Jelsenkirchen, ich habe mir so eine kleine G-Klasse geholt. Ich weiß, so etwas sollte man nicht erwähnen. Versteht ihr, wenn man was macht, dann sollte man es von Herzen machen. Aber wenn man der Meinung ist, dass man irgendwelche Drecksballensiagerschuhe in Erwägung zieht und daraus sechs, sieben Paare macht, als welchen Penner, dass ich keine Schuhe tragen kann oder dass ich keine Schuhe leisten kann, dann erwähne ich auch solche Sachen gerne, damit ihr auch seht, dass meine Intention niemals irgendeine war, mich da irgendwie krass zu profilieren dadurch. Oder was sonstiges. Versteht ihr? Wer ausgibt und aufzählt, ist immer so ein Ding. Vor allem wer ausgibt oder etwas schenkt und dann aufzählt in der Öffentlichkeit, dann ist es immer so, am besten hinsetzen und auch aufziehen. Weil sonst zeigen die Zuschauer mit dem Finger auf euch und sagen, hier, guck mal, du undankbarer Vogel. Und ich habe diese Sachen gerne gemacht. Das ist ein Freund für mich zu der Zeit gewesen. Und wenn es mal hieß, mein Sohn hat Geburtstag, das ist so, als würde mein Sohn Geburtstag haben. Und wenn ich sehe, ich kann diesen Menschen eine Freude machen, dann mache ich das mit Herz. Und ich bin hin und her gefahren, ich habe in diese G-Klasse eingebracht, Torte, so, so, Süßigkeiten. Und habe mich darum gekümmert und ich habe auch um keinen Cent gefordert oder sonstiges. Weil du bist mein Freund in dem Moment. Okay? Und das ist auch keine Sache, die ich normalerweise erwähnen würde. Aber ich küsse dein Herz, wir sitzen uns gegenüber. Nach, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren ist es so viel vorgefallen. Und du bist gerade in einer schweren Situation und ich sitze deinetwegen da. Und jetzt an alle da draußen, die sich fragen, okay, warum machst du jetzt deinen Mund auf? Weil ich so, ich bin vom Charakter aus her so, okay? Wenn ich einem Menschen helfen möchte und helfen will und mich da hinsetze und ihn zuliebe und er der Meinung ist, sich dadurch zu profilieren, indem er den Leuten erzählt, was ein krasser Mackerer der ist und der mir Schuh geschenkt hat, Bolchan, sei dir gegönnt, kein Problem. Wenn es deine Situation in dem Moment hilft, dann mache ich das gerne. Ich habe auch kein Problem damit, wie die Leute das auffassen. Auch zu dem Thema, zu dem Auto damals gewesen. Das war auch so eine Content-Idee von mir. Ich habe, weil viele mir dann im Nachhinein vorgebracht, wie kannst du so undankbar sein, er hat dir ein Auto geschenkt. Schwanz hat er mir geschenkt. Ich habe ihn angerufen, ich habe mir ein Auto bestellt, so, so, die, so, das, schönes Ding. Weißt du was, wir machen eine coole Idee, ich hole irgendwo ein Opel, wir hauen den zusammen, ihr haut den zusammen so mäßig, ich gehe mit meinem Sohn irgendwo einkaufen, du gibst mir deine Karte, wir gehen ein bisschen einkaufen, Content-mäßig und dann kommen wir zurück. Oh mein Gott, hast du das mit meinem Auto gemacht und ich brauche das und dies und das. Das ist Unterhaltung, versteht ihr? Ja, da seht ihr mal, wie viel Fake ist. Ja, und dann einer auf so, ich habe sein Auto geschrottet. Jungs, warum habt ihr sowas gemacht? Hier, Bruder, Schlüssel, hast du ein neues Auto. Und verarscht die Leute. Und die Leute sitzen da und sagen, boah, was für ein Ehrenmann, Digga. Und ich bin mir nicht so schade dafür. Für viele andere ist das vielleicht eine Erniedrigung, aber für mich ist das eine Freundschaft, versteht du? Ich kann auf Sachen verzichten und ich muss mich nicht mit Sachen profilieren. Ich muss nicht zeigen, dass ich eine krasse Louis-Tottert habe oder dass ich ein krasse Gapier oder dass ich das neueste iPhone habe. Das juckt mich alles gar nicht. Das sollte alles zu eurer Unterhaltung dienen und das wohnt mir im Nachhinein zum Verhängnis, was ich ja schade finde. Und das ist halt so auch ein Punkt, den ich auch gern loswerden wollte, damit ihr auch ein bisschen meine Sicht sieht. Alhamdulillah, mir geht's gut. Für meine Familie geht's gut. Es sind alle gesund und ich kann mich nicht beschweren. Und ich bin mir auch nicht zu schade. Ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Ich wollte euch einfach nur kurz auch in dem Punkt einen Einblick gewähren, damit ihr auch seht, wie mein Charakter so eingestellt ist. Menschen gegenüber, dass ich auch mal in den sauren Apfel beißen kann und möchte und absolut kein Problem damit habe. Lange Rede, gar keinen Sinn, wie es schon heißt. Ich glaube schon mal, wir laden euch an. Auf jeden Fall. Gut. Dann hätten wir das Thema auch abgehakt. Ganz kurz, bevor wir mit Nebel weitermachen, ich habe nämlich vergessen, dass Mois ja auch eine Story wegen San Diego gepostet hat. Er hat sie direkt natürlich gesehen. Passt auf. Ich höre nur, wuff, wuff, wuff. San Diego, lauf, valla, so schnell du kannst. Du Blöffer, lauf. Mach einen Song, Pidar. Warst du, als ich getrennt war mit meiner Frau im Auto? Ich esse dich, Jude, mit Brot und Knochen. Verstehst du, Deutsch? 44 Kilo, hörst du mich? Ich meine, Mois wiegt auch nicht viel, oder? Wo ist mein PC? Schick ihn zurück, Jude. Und jeden Cent, den ich dir geschenkt habe. Und das Musikvideo, was ich mit dir noch machen werde. Wirst du sehen, Jude. Oha, Digga. San Diego, you wanted to fell home? My English is good, where am woman curse you gay? Auf jeden Fall sind hier noch mehr Stories gekommen. Passt auf. Ich dachte, dass du Pizda Ball mit meiner Frau, Ex-Frau, egal wie, wer ich angefasst habe. Sie ist meins. Egal, was Deutschland denkt. Ich esse dich auf. Und dieses von Neid erfüllte In the mirror. Du, Mutter, hattest noch nie so eine Idee, du kleine F***er, die für immer funktionieren wird. Du, Mutter, hattest noch nie so einen Song. Du, Mutter, wirst niemals eine Musik machen können, wie ich. Weil du eine kleine N***er, deine Mädchenstimme bist, die vor F***er Gott gestrickt. Du, kleine Pizda Ball. Ich esse dich, egal wo du bist. Gang done. Und dafür muss ich dich nicht anfassen. Ich werde dich schenden im Internet. Auf lustig Kommentare. Du bist doch Battle Rapper. Das ist Battle Rap. Ab heute bin ich dein Azrael. Gang done your bunny. Und ihr Pizda Rass hat noch nie jemanden erlaubt, meiner F***er Frau zu schreiben. Du Pizda Rass hast mir das im Chat geschrieben. Ich habe, okay, Bro, geschrieben. Ich bin zu ihr gegangen. Sie hat das scheiß Handy versteckt. Ihr kleinen beiden Pizda Rass habt mir beide noch nie euer Scheiß-Handy gezeigt. Als ich euch Pizda Rass gesagt habe, zeigt euer Handy, was schreibt ihr. Und die ist dann abgehauen und sagt, ey, Misti da, du kleiner Pizda Rass. Versuch noch einmal, ich esse dich. Hadid An-Dalak. Hadid An-Dalak. Wallah, der sitzt einfach die ganze Zeit beim Tätowierer. Der lässt sich jetzt seinen ganzen Körper voll tätowieren. Hadid An, du kleiner Hadid An-Dalak. Hast du mich verstanden? Ballet. Ich bin der Falsche. Ballet? Ich habe was vergessen, Bro. Bis gut, Diego. Hol schnell deine Maske kurz, bevor du so... So musst du Make-up machen kurz, damit du dich zeigen kannst. Bisschen. Bist du von Pecken da rausgekommen, endlich? Hast du bis hin, ja? Sind deine Rippen falsch, Bis gut? Soll ich sie nochmal brechen? Also ein Multimillionär, der allein an Koks mehr ausgegeben hat, als du ihr ausgeben wirst und aussieht wie ein... Ich weiß nicht, Bruder, Alter. Bro. Bro, ist dein Stand, du hast 20 Abonnenten, die ich am Tag mache. Meine Ex-Mitte macht, dass sie meine... Diese Abonnenten, die du in Schwammkostümen und Unterhosen machst. Hadid An. Du willst sehen, was ich mit dir mache. Du bist mein Format, du kleiner Clown. Mein erstes Video war, dass ich dich... drippe. Mein letztes Video ist, dass ich dich... Alter, dem geht es überhaupt nicht gut, Mann. Da werden auch immer wieder neue Storys kommen. Ich bin dir sicher, die Kamer, auch wie ihr sehen könnt, vor 10, 12 Minuten. So, bei Nebel haben wir auch nicht mehr lange. Ich pack mal mein Handy weg und komme jetzt auf das Thema Mois, Anis. Und ich kann euch halt nur ein paar Sachen so erzählen, die ich mitbekommen habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe vor einem Jahr ungefähr, ich kann euch keinen genauen Zeitraum nennen, wo ich das erfahren habe. Es hieß, äh... Boah, das hört sich ein bisschen hart an, ich schwöre, aber es tut mir auch ehrlich leid für dich, Anis. Ich sage dir, also ich... Das, was ich sage, weiß ich nicht, ob es der Wahrheit entspricht. Ich möchte auch niemanden damit belasten oder Sonstiges. Ich sage euch nur das, was mir zu Ohren gekommen ist. Und wenn ich dir damit schädige, dann tut es mir leid, aber es ist nicht meine Intention. Nur, wie dieses Gerücht zu mir kam, okay? Es kam ein Gerücht zu mir auf, da hieß es, Anis ist von Santiago schwanger. Ich so, wie, was? So viele Fragezellen, was laberst du, da bist du krank, so, so, dies, das. Und derjenige, der mir das gesagt hat, hat dann, so, mit der Zeit ist er dann mit Mois befreundet gewesen. Habe ich ihn immer mit Mois gesehen, so ein Video, so, bin ich auf ihn zugegangen, ich so, ey, du hast mir doch damals was erzählt. So, dieses Thema mit Santiago und Anis, so, ist da was dran? Er sagt, nein, Bruder, dies heißt er, wie, irgendwas ist, irgendwie ist es doch zu dir gekommen. Und jetzt heißt es auf einmal, nein, nein, dies war nur ein Gerücht, okay? War nur ein Gerücht. Tamam, dann war das Thema auch für mich gegessen, so. Es war auch nichts, worüber ich nachdenken sollte. Und dann sind auf einmal die Sachen jetzt hier in der Öffentlichkeit drauf gekommen. Und jetzt habe ich einige Fragen an Mois und an Mois und Anis, weil die Anschuldigungen sind hart, okay? Ich finde auch, viele da draußen, viele von euch sind ein bisschen verblendet oder einfach nur dumm. Ich weiß nicht, was das ist, weil es ist einfach offensichtlich, dass Mois, weil die Verläufe liegen euch ja vor, und der postet das selber mit Stolz und sagt, ey, meine Frau ist mir fremdgegangen. Also, ich will nur einfach nur kurz an Anis, ich habe mir das Statement angeguckt und ich sage, ich glaube dir. Das, was dir widerfahren ist und es tut mir von Herzen leid für dich. Sowas wünsche ich nicht mal meinen schlimmsten Feind, okay? Du hast eine sehr, sehr schwierige Zeit mit ihm durchgemacht. Ich glaube deinen Worten, egal ob ich jetzt dafür gefrontet werde, ob ich dafür gehatet werde und wie kannst du nur und dies und das. Und es ist mir alles scheißegal. Ich habe diesen Menschen gesehen und ich habe einfach den Leid in den Augen von diesen Menschen gesehen. Fertig. Du hast eine sehr schwierige Zeit. Ich sage nicht, Fakt, 100% Fakt. Das, was ich auch gesagt habe. Dass ich dir alles glaube, was du gesagt hast, aber ich glaube dir, dass du eine schwierige Zeit durchgemacht hast. Und es tut mir von Herzen leid für dich. Die Fragen, die jetzt von meiner Seite aus kommen, sind, Mois postet Verläufe zwischen ihm und Santiago, okay? Wo er schreibt, wo Santiago schreibt, ich liebe sie so und so und so und so. Okay? Zu dem Zeitpunkt wusstest du ja anscheinend, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, wusstest du ja, dass Anis was mit Santiago hat oder ob die zusammen sind oder was auch immer. Das wusstest du. Und du hast ganz normal mit diesen Menschen geschrieben. Jetzt auf einmal, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, wo das Ganze an die Öffentlichkeit kommt, versuchst du eine Mitleidszene mit dir zu ziehen und versuchst einen Film zu fahren und versuchst mit den Fingern auf deine Ex-Frau zu zeigen, dass sie dir fremd gegangen ist? Bruder, ich küsse dein Herz, bei wem versuchst du diesen Film? Dieser Film klappt anscheinend. Bei vielen da draußen klappt der. Ich bin selber schockiert, wie dumm manche Menschen sein können. Aber es ist alles offensichtlich und du hast anscheinend normal mit Santiago kommuniziert. Das war ja bis dato kein Problem. Und jetzt auf einmal redest du von Ehre und Stolz und Sonstiges? Für mich, dieser Mensch, der einzige Glaube, den der hat, ist Geld. Für ihn steht alles über, also Geld steht über alles für ihn. Und er geht über Leichen für Geld. Er schießt gegen seine eigene Familie. Er schießt gegen seine eigene Mutter. Er schießt gegen alles, was er hat. Er verkauft seinen Glauben. Er sagt, ich bin aus dem Islam ausgetreten. Er schießt gegen seine leiblichen Brüder, Digga. Geh mit, was du willst. Aber lass den Islam daraus. Lass deine Landsleute daraus. Die schämen sich für so einen Menschen wie dir. Für die bist du keiner von denen. Und wirst du auch nie sein. Weil die Tschetschenen, die ich kenne, die machen sowas nicht. Das ist einfach beschämend, dass du dich als sie ausgibst. Und du versuchst gerade einen manipulativen Film zu fahren. Und sagen, hier eure tschetschenische Frau. Und das, was du machst, ist Feuer anzetteln. Das ist einfach, weil du nicht Mann genug bist. Oder nicht dafür gewachsen bist. Das ist von meiner Seite aus keine Erhetzung oder sonstiges. Aber das, was du gerade versuchst, ist ein sehr, sehr manipulativer Akt. Du versuchst, andere Leute aufzuhetzen. Für die Kacke, die du nicht gebaden bekommen hast. Er setzt 20k Kopfgeld. Auf seine eigene Ex-Frau und auf San Diego. Bissu, deswegen, ihr könnt gerne einmal kurz die Kommentare einschalten. Glaubt es mir, bei 300 bis halben Millionen Storybues Zuschauer gibt es einige Verrückte. Die sowas auch noch ernst nehmen und durchziehen würden. Und dann will ich mal sehen, ob er dann immer noch sagt, man in the mirror. Ich würde mir gerne eure Meinung dazu anhören. Aber für mich ist das einfach nur ein absoluter Film, der gerade in deinen Händen kommt. Wo du am Bo... Bruder, okay. Keine Chance. Tamam. Oder sage ich irgendwas Falsches. Also ich würde mir gerne eure Meinung dazu anhören. Versteht ihr? Für mich, wie sich das Ganze entwickelt hat, die sind schon sehr lange getrennt, okay? Ob es jetzt moralisch vertretbar ist, ob sie mit San Diego ist oder nicht, sei dahingestellt. Für mich ist es ein absolutes No-Go. Mama Kepp, lass dich schief ein bisschen haben wieder, mit so viel im Winkel. Ja. Du hast kein Recht, sowas zu sagen. Okay, gut. Das ist deine Meinung. Aber das ist mir auch relativ egal. Ich sage euch nur das, wie ich das rein objektiv gesehen sehe. Könnt ihr einmal bitte... Du musst was trinken. Alles gut. Und vor allem zu. Könnt ihr einmal kurz die Kommentare bitte aufstellen? Ja. So. Deswegen. An dieser Stelle. Mäuse auch an dich. Hier sind sehr viele Menschen. Leon, Dankeschön. Was ist das denn hier? Ich muss irgendwas verifizieren. Hammer. Auf jeden Fall. Das ist so meine Sicht der Dinge. Ich bin kein Fan davon. Weil es gibt so viele Menschen da draußen. Auch mein Appell an dich, Anis, falls das stimmen sollte mit San Diego. Es gibt so viele Menschen da draußen. Du wirst hier jeden anderen Mann an deine Seite nehmen können. Aber keiner, der mit deinem Ex-Mann befreundet gewesen ist. Das ist absolut die unterste Schublade. Wenn es der Wahrheit entspricht. Ich weiß es ja nicht. Ich rede nur von dem, was ich mitbekommen habe. Und das ist auf jeden Fall moralisch alles andere als vertretbar. Aber das, was dir angetan wurde, wie gesagt, das tut mir von Herzen für dich leid. Und ja. 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 Was soll ich euch sagen? Ich habe so viel zu diesem Thema gesagt. Ich habe so viel auf dieses Thema reagiert. Jetzt seid ihr dran. Wallet die Kommentare voll. Streitet euch. Oder seid alle derselben Meinung. Oder lasst uns alle derselben Meinung sein. Ich bleibe bei meiner Meinung und sage, wir sehen uns im nächsten Video. Und danke für den Support.